Stimmt, aber es wäre cool wenn es irgendwann das nochmal geben würde, so ein Mod, ähm, der ist halt dann, äh, besser und dann wird halt da, ähm, du weißt schon, wird halt nur der. Ja, dass der dann umköpft, wenn man unten was wegbaut. Ja, genau. Da muss man noch in einzelne Teile zacken. Ja, das ist bestimmt voll cool. Kann ich hier abreißen, ja, das ist gut. Ist auch gut, dass wir es in der zweite Etage gebaut haben, weil hier kann ich doppelt den Boden noch verändern. Ja, ja, äh, in der dritten Etage nicht, weil ich da eine Reihe vergessen habe. Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich eine Dusche baue. Ich glaube, ich mache das mit Pistensystemen auch. Ja, tu das. Das haben wir ja genug, habe ich in die Alleskiste reingeschmissen. Ja, ich auch. Wenn ich die Dingsen hinkriege, wenn ich, äh, die Verkabelung hier noch reinkriege, auch noch eine gute Machen schafft, wie ich das da reinkriege. Ich habe jetzt, ähm, hier ist Dexter und 44 Kabels wieder. Ja, oh. So, hier kommt jetzt erstmal Lappes Latz, okay. Okay. Aber ich habe so die Befürchtung, dass es überhaupt nicht reicht. Es reicht für den halben Raum. Ach, scheiße. Kack. Es hat für den halben Raum gereicht. Nicht mal. Ich wollte eigentlich nur den Boden aus der Abislazuli machen. Ja, und nicht mal der halbe Boden ist fertig. Ja, dann wird das halt noch ein bisschen länger dauern. Den Fenster sollte man ins Badezimmer nicht reintun. Nee, das wäre nicht unbedingt sehr angenehm. Ja, ja, ja. Du stehst doch dran. Nein, Quatsch. Du wirst dich spannend haben. Aber, äh. So, jetzt haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks und 51 Kabels. Was wollte ich jetzt holen? Was wollte ich jetzt holen? Hier noch irgendeinen Ofen, wo Kohle drin ist? Oh, hier sind sogar noch Stacks. Wicks wollte ich holen. Ich glaube, ein Stack pro Wicks reicht bestimmt nicht. Nehmen wir gleich zwei mit. Alter, ich habe gerade für keinen Bock. alles eins zu sortieren. Ja, du ich auch nicht. Ja, du machst das ja eh nie. Du schmeißt ja immer alles rein. Und ich muss alles sortieren. Du hast aber Inventory-Tricks. Du kannst es ja einfach alles so sortieren lassen. Ich habe Inventory-Tricks gar nicht mehr, oder? Oh, doch, habe ich sogar. Ich habe Inventory-Tricks nicht. Ich habe es vergessen. Ich vergesse das immer reinzumachen. Oh, das ist doch egal. Oh, jetzt hast du ihn rausgeschmissen. Jetzt mache ich das Fenster kaputt und springen raus, um den Stein zu holen. Mach das doch. Ist mir doch egal. Du da jetzt rausspringst und deinen scheiß Stein holst, ja nicht. Ich will den jetzt gerade wirklich und sollten da ins Bett gehen. Alter, wie viel Holz ja unten auch noch liegt. Ich weiß. Da kommt ein fucking Kuiper auf dich zu. Ich lasse den Stein da liegen. Ich habe keinen Bock auf noch ein Loch. Noch ein Loch? Oh, noch ein Loch. Moment, ich trick's hin aus. Ich komme einfach von hinten. Die andere Seite ums Haus rum. So, schön Marmor. Wir haben jetzt schön eine Marmorwand mit schönen Fliesen. Klar, ich trick's hin aus. Jetzt stieß er ein verpickter Kuiper hier da im Haus rum. Oh, der kommt auf mich zu. Ich renne weg. Ah, sonst macht es gleich wieder BAM, Junge. Ach, der kommt immer noch auf mich zu. Ey, Mann, durch Zuckerrohr konnte ich das nicht sehen. Wollt ihr immer noch? Lol, ich habe keinen. Ich habe da einen Kuiper? Schwert mehr. So, ich komme. Da ist er. Lol, wo habe ich Sticks noch? Habe ich noch Sticks? Hier sind neun Sticks. Lol, ey, der kommt immer noch. Ach, fick dich. Komm, wir gehen jetzt erst mal pennen und dann hau ich den Kuiper auf. Warte, ich hau den Kuiper kaputt. Nein, ich will den diesmal schaffen. Egal, Schatz, komm ins Bett. Gut, aber bei mir explodieren die Kuiper irgendwie nicht. Auf was hast du denn die Schwierigkeit? Weiß ich nicht. Habe ich nie geguckt. Ich bin voll... Ja, sowieso. Scheiße, ich konnte nicht schnell genug schreiben. Ich wollte gerade schnell sowieso hinschreiben. Erstmal gucken. Okay, der Kuiper ist da hinten. Der ist nicht bei Haus. Wehe, der explodiert. Wehe. Der ist weit genug weg. Der ist ganz hinten da an der Wand. Trotzdem egal. Nein, Quatsch. Ey, ich hab ne Idee. Ich lock den einfach nach da hinten, da wo wir eh was abbauen müssen. Ey, da ist ein scheiß Enderman. Dann lässt du ihn einfach geplant explodieren. Na, okay, hat nicht funktioniert. Er ist tot. Boah, hast du es mal geschafft, Justin. Ohne den explodieren zu lassen. Ich bin doch kein Zuckerrohr. Jetzt hole ich den Stein hier, den ich eigentlich holen wollte, als dieser scheiß Küper dann auf mich zugekommen ist. Ich bin halt nur ein bisschen Zuckerrohrgeil. Also lasst mich. Da ich ja an unserem schönen Badezimmer nicht mehr weiterbauen kann. Da mir leider die Utensilien ausgegangen sind. Ey, wir haben wieder 100.000 Baustellen. Das ist irgendwie ein bisschen schlecht. Ist doch gut. Das ist scheiße, wenn man ein paar Folgen an einer hängt. Das ist doch gut, wenn man immer wechselt. Hat man viel Abwechslung im Let's Play. Und ich würde sagen, wir könnten jetzt eigentlich mal wieder in eine Höhle gehen. Wegen Lapis Lazuli. Ja. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Hier haben wir nämlich doch 10 Leder bei Mob2Hub. Oh, 10 Leder. Dann kannst du mir die gleich mal herüberreichen. Ich mache nämlich gerade ein paar Papier. Papier. Nein, Papier. Jetzt schmeiße ich hier nochmal ein bisschen Scheiße in die Kiste. Du willst mir Scheiße in die Kiste schmeißen? Das habe ich schon lange getan. Kannst du mir vielleicht Leder geben? Also, die Scheiße habe ich in das Zimmer geworfen. Durchs Fenster durch. Achso, du warst, der der letzte Mal vor meiner Haustür gestanden hat. Nee, vor dem Zimmerfenster. Nee, das sowieso. Du bist nicht schnell genug gekommen. Ich war schon fertig. Mit Bücherkraften. Ja, ich habe schon mal das für Höhle rausgesucht, was wir dafür brauchen. Du, Happy Birthday. Ich habe jetzt vier Bücher. Jetzt kommen gerade ganz paar noch. Ey, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, für die Höhle, Mann. Du weißt, wie schon durch diese scheiß Eisenspitzhacken im Arsch gehen. Okay, im Arsch. Im Arsch. Du bist auch im Arsch, ey. Du bist auch im Arsch, ey. Junge. Okay. Wir treibst heute nicht. Wir treibst heute nicht. Ja, ja, ey. Boah, ich habe vier Bücherregale. Boah, ey. Jetzt geht es ab. Jetzt geht die Party erst richtig los, ne? Ja. Solange die Party voll hier abgeht. Ich mache mir dann jetzt nochmal na... Holz. Ich nehme jetzt gleich einen ganzen Stack Holz mit, weil ich uns kenne. Und unverarbeitetes Holz nehme ich mit. Weil ich uns noch mehr kenne. Ähm. Das... Ups, da war nicht rausschmeißen. Ey, meins. Aha, ich bin es aufgenommen. Ich habe hier noch das Diamant-Schwert. Das ist auch fast komplett heile. Ey, ja, du hast ja auch meins geklaut. Boah, du Wichser, ey. Du... Mach gar nicht. Das lag in der... Ja, das ist doch meins. Weil da jetzt noch Brand ist, du Wichser, ey. Nur in der Kiste sind gemeinsame Sachen. Ja, das Schwert nur aus der Kiste genommen. Das sind gemeinsame Sachen. Ey, dann nimm noch das Schwert, Mann. Nein, ich brauche das nicht. Ich habe mein Eisenschwert. Das reicht mir. So, ich nehme noch einen Stack Eisen mit. Ich habe schon mal ein bisschen Kohle mitgenommen. Eine Workbench. Die klaue ich mir jetzt hier nochmal. Unsere Öfen. Habe ich auch nochmal mit. Ach, das sind jetzt ja nur noch zwei. Aber zwei reichen auch schon. Kobbel. Kobbelé haben wir gleich. Erde könnte ich vielleicht nochmal mitnehmen. Ein Stack. Mehr Essen. Essen habe ich genug. Ähm, okay. Haben wir jetzt alles? Fuck Kohle. Habe ich. Nimm ich trotzdem nochmal einen Stack mit. Sicher, sicher. Sicher ist sicher. Ähm. Was brauchst du noch? Brauchen wir noch was? Ich bräuchte so nochmal fucking für den Anfang. Ja, ich auch. Warte, dann kauf dich uns mal ein paar Fackeln. 64 für dich und 64 für mich. Gut, so. Ähm. Haben wir noch eine Höhle oder gehen wir einfach so? Die letzte haben wir gar nicht richtig erkundet. Da waren noch ein paar Gänge, die wir nicht erkundet hatten. Warte, ich mache eben kurz einen Waypoint. Irgendwie ein... Ja, tu das. Ich habe schon einen. Wir sagen, wir gehen einfach in die Richtung hinter unser Haus. Ach so, also du meinst... Da waren wir noch gar nicht. Einfach mal in die Richtung gehen. Ah, okay. Bis wir irgendeine Höhle finden. Ja, gut. Warte. So. Ab geht's, auf geht's. Drei Tage wach. Hm. Mich auch. Was? Ich dich auch? Du mich auch? Nee, du mich auch. Äh. Ach, guck mal. Eine Höhle. Du wusstest, dass hier eine ist, oder? Nein, wirklich nicht. Ich hätte es jetzt vermutet. Oh, noch eine Kuh getötet. Ich sollte nur hingehen, weil wir hier noch nie waren. Fackel erst mal. Ups. Ey, du... Ey. Du wusstest, es ist ehrlich nicht, oder? Nein. Lol, guck dir mal an, wie riesig das Teil schon wieder ist, ey. Okay, ich wusste es. Ja, war mir klar. Eigentlich wusste ich es nicht, aber egal. Ja, einfach nur, weil in die Richtung sind wir nie gegangen. Wir sind in alle Richtungen gegangen. Guck dir das mal an. Alter, das ist riesig hier, der Teil schon wieder, ey. Ach gut. Boah, wir haben einmal vergessen. Glaube ich. Ach, scheiß drauf. Du hast Reisen mit. Ja. Wie fucking groß. Der ist fucking groß, ne? Aber... Alter, ich bin fast runtergefallen. Geil. So, erst mal Erde hier hinsetzen, ey. Jetzt... Ofen bleib hier. Ausofen. Ganz böse. Grafikeinstellungen hell. So, hier ist nochmal Eisen. Oh Gott, Eisen ab. Mal wieder. Ey, wir finden immer so viel Eisen, ey. Und kein Lapis Lazuli. Oder so was. Das ist ja auch selten. Nein. Naja. Nur einiges seltener als Eisen. Ja, ich hab einen Küper. So. Was, du hast einen Küper? Ja, ich hab einen gefunden. Potenziell ist... Ups. Ups, jetzt ist er unten. Ja, komm mal her, Creepy-Line. Na, wie sieht's aus, hm? Ja, ja, ja. Explodier mal ruhig. Ja, boom. Ja, war eh so eine Wand, die ich je noch wegsprengen wollte, weil die mich einfach gestört hat. Potenziell. Wolltest du sie wegsprengen oder abbauen? Normalerweise wegsprengen. Wie immer. Ne, wie immer, weil wir kein TNT haben, ne? Hier ist so viel Eisen. Das gibt's gar nicht. Also, ich find's ja gut. Ja, es ist immer so fucking viel Eisen. Ey, ich find hier auf einem Fleck zehn Eisen. Mindestens. Meine erste Spitzhack ist gleich im Arsch. Ja, das auch. Ja, okay. Die war schon halb angefangen. Wo bist du überhaupt? Ich bin grad dem Kühlbärm dahergesprungen. Ich bin da, wo du eben die Öfen gemacht hast. Wo ich grad eben aus Versehen den Ofen hingebaut hab, meinst du? Ja. Da am Seitengang bin ich. Also, ich bin eigentlich... Loil, loil. Soll ich dir jetzt mal sagen? Ich hab hier knapp 20 Kohle grad schon gefunden. Und hier ist noch mehr. In einem Gang. Mal, ich hab hier so'n scheiß Bug. Ich kann die Kohle nicht aufheben. Ach, fick dich. Bau, bau einen Block drunter ab. Hab hier schon einen Versuch. Geht nicht. Daneben. Oh, ich hab hier... Oh, ich hab hier immer noch die normale Musik an. Machen wir mal nachts. Ach, du bist unter mir. Playlist an. Ja. Geh nochmal ein paar Schritte zurück. Hallöchen. Hallöchen. Na. Ich würd mal sagen, ich komm runter, ne? Ja, das sowieso. So bin unten. So. Ähm. Ops. Das ist Enderman. Nein, 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 komm her. Komm, ey, ich... Ey, du scheiß Viech. Guck... Ich guck dich an, jetzt. Oh, lol. Ich hab gar kein Dingsen... Aua. Ups. Ich hab gar keine Rüstung, ey. Sollte ich mir vielleicht jetzt mal eben quaften? Fuck, Mann. Wo ist der Enderman? Ich will eine Enderperle haben. Der portet sich hier grad hin und her. Der ist hinter dir. Ja, der ist im Wasser. Lol, der ist grad gestorben. So, ähm. Ich bau mir jetzt mal eben auch mal kurz wieder ne Rüst hier. Wo? Das Zombie sagt mir doch, dass du neben mir stehst, ey. Ist das so inkompetent, mich zu schlagen? Ich stehe neben mir und schlägt mich nicht. Ich weiß, das macht...